Zum Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion der AfD hat eine Aktuelle Stunde zum Thema Haltung der Bundesregierung zu den Vorwürfen gegen einen Spiegel im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe 2021 verlangt. Wenn die Kollegen der Union sich entweder voneinander trennen oder sich setzen, ja, man weiß es nie. Vielen Dank. Ich gebe das Wort dem Kollegen Sebastian Münzmeier. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Stellen Sie sich vor, es ist der Morgen des 15. Juli 2021. Ja, es ist interessant, dass Sie lachen, wenn wir über dieses Thema reden. Das ist sehr interessant. Wir werden ja gleich noch ein bisschen mehr dazu hören. Stellen Sie sich vor, es ist der Morgen des 15. Juli und versetzen Sie sich bitte einmal in die Person der damaligen rheinland-pfälzischen Umweltministerin Anne Spiegel. Sie sehen an diesem Morgen auf Bildern und Videos das Ausmaß der Flutkatastrophe, die das Ahrtal in der vergangenen Nacht erfasst hat. 134 Menschen haben ihr Leben verloren. Ein Sachschaden in Milliardenhöhe wird bleiben. An was hätten Sie denn beim Anblick dieser Bilder als erstes gedacht? An die vielen kaputten Straßen und Häuser, die die Flut weggerissen hat? An die vielen Menschen, die im Moment um ihr Hab und Gut kämpfen? An die vielen Toten oder an die vielen Toten, die diese Katastrophe schon zu diesem Zeitpunkt forderte? Anne Spiegel hat an diesem Morgen zuerst einmal an sich selbst gedacht. Was in Anbetracht des Ausmaßes der Katastrophe eigentlich unglaublich erscheint, ist aus SMS-Verläufen mit ihren Mitarbeitern belegt. Darin schreibt die heutige Familienministerin, und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, das Blame-Game könnte sofort losgehen. Wir brauchen ein Wording, das wir rechtzeitig gewarnt haben. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, um ein Hochwasseropfer aus dem Ahrtal zu zitieren, wie kann man nur so kaltherzig sein? Das moralische Versagen der Anne Spiegel am 15. Juli hat jedoch eine Vorgeschichte. Schon am Vortag, kurz bevor die Flut über das Ahrtal reinbrach, lagen genügend Hinweise für die nahende Katastrophe vor. Doch das Spiegelministerium versagte in der Kommunikation restlos. Eine einzige Pressebeteiligung wurde versandt, und zwar um 16.43 Uhr auf der Grundlage eines Lageberichts von 11 Uhr morgens. In dieser Pressemeldung wurde erklärt, dass kein Extremhochwasser drohe. Vom Entwurf der Meldung bis zum Versand änderte sich zwischenzeitlich einiges. Die Warnstufe war von zwei auf vier angehoben worden. Die Pegel im Ahrtal stiegen unablässig an, und eine Bürgermeisterin vor Ort bat sogar um die Ausrufung des Katastrophenfalls. Und was tut Anne Spiegel? Sie gibt die völlig veraltete Meldung frei, aber sie besteht auf einer Änderung. Aus Campingplatzbetreibern müssten Campingplatzbetreiberinnen werden. Meine Damen und Herren, korrektes Chendern war Anne Spiegel offensichtlich wichtiger als eine lebensrettende Warnung an die Bürger im Ahrtal. Und angesichts eines solchen Politikversagens stellen sich viele Menschen die Frage, was kann man von einer Ministerin in einer Ausnahmesituation wie dieser eigentlich erwarten? Und ich verlange ja gar nicht, dass eine Ministerin im Schlamm steht und Häuser wieder aufbaut, wie es die vielen freiwilligen Helfer getan haben, den ich an dieser Stelle von Herzen danken möchte. Doch als Minister muss man lenken, man muss führen und man muss Verantwortung übernehmen. Frau Spiegel, wieso rufen Sie denn in Absprache mit dem Innenministerium nicht einen sofortigen Krisenstab ins Leben, der die Lage laufend bewertet, der in Kontakt mit den zuständigen Kräften vor Ort steht? Wieso fahren Sie denn nicht zum SWR und warnen im lokalen Rundfunk und im Fernsehen oder mit einer Sondersendung die vielen Menschen im Ahrtal vor der auf sie zukommenden Katastrophe? Warum führen Sie denn nach 22.30 Uhr kein einziges dienstliches Telefonat mehr, nicht einmal mit der Ministerpräsidentin? Meine Damen und Herren, all das wäre echtes Krisenmanagement gewesen und hätte an diesem Tag Leben retten können. Das Krisenmanagement der Anne Spiegel bestand in einem Abendessen mit grünem Parteifreund und während Häuser einstürzen saß Anne Spiegel dann zu Hause vor dem Laptop und ihr zuständiger Staatssekretär schaute Nachrichten und trank nach eigener Aussage wahrscheinlich noch ein Bierchen, meine Damen und Herren. Der gesamte Auftritt von Anne Spiegel und ihrer Behörde war an diesen Tagen von Desinteresse, von Unwissenheit und von völliger Inkompetenz geprägt. Bis heute hat sich Anne Spiegel weder entschuldigt noch Fehler eingestanden. Und wenn man noch heute von reibungslosen Abläufen spricht, wenn 134 Menschen ihr Leben verloren haben, dann ist das für mich makaber, unfassbar und herzlos, meine Damen und Herren. Sie sollten sich schämen. Sie sollten nicht den Überbringer der schlechten Nachricht kritisieren. Reden Sie mit Anne Spiegel und sorgen dafür, dass diese Dame zurücktritt. Fassen wir also noch mal zusammen. Fatale Fehleinschätzungen am Vorabend der Flut, fehlende Warnungen in Funk und Fernsehen. Am Morgen der Katastrophe steht dann die Imagepflege über Menschenleben. Danach will die Ministerin über ihr Verhalten täuschen und hat Erinnerungslücken im Untersuchungsausschuss, und dann wälzt sie die Verantwortung auf andere ab. Meine Damen und Herren, die Konsequenz ist klar. Anne Spiegel ist als Ministerin völlig untragbar, auf Landes- und auch auf Bundesebene. Mit ihrem Verhalten, Frau Spiegel, haben Sie gezeigt, dass Sie nicht nur unmoralisch, sondern auch im höchsten Maß unfähig sind. Daher rufe ich heute die Bundesfamilienministerin dazu auf. Waren Sie bitte noch Ihren letzten Restanstand. Treten Sie zurück, und bitten Sie die Menschen um Verzeihung, Menschen, die auch wegen Ihrem Versagen alles verloren haben. Für die SPD-Fraktion spricht Daniel Baldi. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist gut, dass heute über die Vorfälle und Vorgänge von der Nacht des 14. auf den 15. Juli aufgeklärt werden. Aber diese Aufklärung findet nicht hier statt. Nein, sie findet in der Landeshauptstadt Mainz statt. Denn dort zeigt heute Morgen, wie im Übrigen jeden Freitag, der Untersuchungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags. Und es ist schon sehr bezeichnend, dass die AfD-Fraktion ihren eigenen Kolleginnen und Kollegen im Rheinland-Pfälzischen Landtag offenbar nicht zutraut, dort für Aufklärung zu sorgen und stattdessen das Thema hier auf die Tagesordnung setzt. Man hört ja oft vom Misstrauen in Ihrer Partei. Aber dass Sie das jetzt auch noch in einer Aktuellen Stunde öffentlich machen, das wäre mir peinlich. Die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Landtag war absolut richtig. Fragen wie das Funktionieren von Meldeketten, die Rolle des Landrats, der Hochwasserschutz und vieles andere mehr wurden und werden im Ausschuss thematisiert. Und dorthin, meine sehr geehrten Damen und Herren, dorthin gehört auch die Beschäftigung der AfD-Fraktion. Dahin gehört eigentlich auch die Beschäftigung mit dem Kommunikationsverhalten der damaligen rheinland-pfälzischen Umweltministerin. Es ist das gute Recht des Landtags, dies alles schonungslos zu überprüfen. Und die bisherigen Sitzungen zeigen uns, dass er dies auch sehr gewissenhaft tut. Daran habe ich im Übrigen auch nie wirklich dran gezweifelt. Was der Untersuchungsausschuss aber nicht braucht, das sind Hilfssheriffs wie Sie, die das Thema auf der völlig falschen Ebene, auf die Tagesordnung setzen. Denn was ist denn der Sinn und Zweck Ihrer heutigen Aufsetzung? Ihnen geht es hier doch nicht um Aufklärung, Ihnen geht es hier nicht um Hilfe für die Betroffenen im Ahrtal oder das Verhalten der Ministerin. Ihnen geht es einzig und allein darum, unsere Bundesfamilienministerin und vor allem die familienpolitischen Projekte der Ampelkoalition, für die sie steht, anzugreifen. Und warum? Weil sie Ihnen allesamt nicht passen. Streichung von Paragraf 219a, das Demokratiefördergesetz, die Kindergrundsicherung, die Stärkung von Regenbogenfamilien und, und, und. Gegen diese Projekte ist Ihnen bisher kein einziges sachliches Argument eingefallen. An Sachlichkeit sind Sie gescheitert. Und so folgt jetzt der hilflose Versuch des persönlichen Angriffs. So kennt man Sie, liebe AfD. Und so bleiben Sie sich auch heute. Einmal wäre leider wieder treu. Es gilt aber auch über das zu sprechen, was seit der Flutkatastrophe passiert ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Innenausschuss des Bundestags hat sich im vergangenen August mit der Flutkatastrophe befasst. Horst Seehofer sagte damals, der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewandz habe, Zitat, einen starken Auftritt hingelegt. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal ausdrücklich betonen. Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags hat zwischenzeitlich sehr fleißig gearbeitet und in seinen letzten Sitzungen viel Wichtiges thematisiert. Er hat die Meldekette untersucht, die offizielle Meldekette, die übrigens funktioniert hat. Er hat die Warnsysteme analysiert, die übrigens am Nachmittag des 14. Juli die höchste Warnstufe ausgerufen haben. Er hat Meteorologen und Geologen befragt, die unterschiedliche Einschätzungen gaben, ab wann das Ereignis vorhersehbar war. Manches wird im Untersuchungsausschuss aber auch erst noch thematisiert werden müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen, so zum Beispiel die Rolle des Landrats, der nun einmal für den Katastrophenschutz zuständig ist. Mein Heimatbundesland ruht sich im Übrigen nicht darauf aus, in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv in den Hochwasserschutz investiert zu haben. Daher gibt es neben dem Untersuchungsausschuss auch noch die Enquete-Kommission Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge. In dieser Kommission geht es darum, die richtigen Schlüsse aus den Ereignissen vom Juli 2021 zu ziehen. Es geht darum, wie der Katastrophenschutz verbessert werden kann. Es geht darum, wie Vorsorgekonzepte weiterentwickelt werden können. Und es geht darum, wie ein zügiger Wiederaufbau gelingen kann. Der Landtag Rheinland-Pfalz hat deshalb ein Sondervermögen auf den Weg gebracht, um Privatleuten, Unternehmen und anderen Einrichtungen Geld für den Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen. Ich möchte an dieser Stelle dem damaligen Finanzminister und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz auch noch mal ausdrücklich danken. Denn er hat sehr schnell nach der Flutkatastrophe erklärt, dass der Bund das Land Rheinland-Pfalz bei der großen Aufgabe des Wiederaufbaus finanziell nicht im Stich lassen wird. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lassen Sie mich abschließend noch einmal festhalten. Wir sollten den Untersuchungsausschuss im Landtag seine Arbeit machen lassen. Wir sollten ihm nicht vorgreifen und jetzt schon noch Konsequenzen fordern. Wir sollten stattdessen lieber unsere eigene Arbeit machen. Vielen herzlichen Dank. Und erlauben Sie mir das vielleicht noch. Vielen Dank Ihnen und natürlich der Kollegin Pau für die Arbeit in den letzten drei Tagen war für Sie sicherlich auch nicht ganz einfach. Dafür herzlichen Dank. Frau Pau werde ich es ausrichten. Ich will, weil es hier Zwischenrufe gab, einmal noch darauf hinweisen, dass die Kollegin Spiegel entschuldigt ist, weil sie krank ist. Ich hatte gehört, Sie haben sich darüber aufgeregt, dass sie nicht auf der Regierungsbank sitzt. Das ist der Grund dafür. Und das ist auch nachweisbar. Wir drucken es gerade noch mal aus. Dann können Sie es sich gerne auch schriftlich anschauen. Der PGF weiß das schon. Natürlich. Ich wollte es nur noch einmal für alle sagen. Dann ist das klar. Jetzt hat aber die Kollegin Mechthild Heil das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Spiegel, auf welcher Seite stehen Sie als Ministerin? Stehen Sie auf der Seite des Rechts, auf der Seite der Menschen, die Ihnen anvertraut sind? Ihre politische Karriere ist durchzogen von Fehlentscheidungen und Selbstbezogenheit. Ich nenne Ihnen nur vier Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. 2018. Das OVG in Rheinland-Pfalz kritisiert Ihr Vorhaben, Frau Spiegel, Vorgehen als Integrationsministerin. Der Präsident des OVG, ich darf ihn zitieren, sagt, ein Ministerium, nämlich Frau Spiegel, kann alles sagen, nur nicht, eine Maßnahme sei unverhältnismäßig, wenn ein Gericht zuvor die Verhältnismäßigkeit festgestellt hat. Frau Spiegel, Ihnen war das egal. Sie haben einfach das Gerichtsurteil uminterpretiert. Das Zweite. Erst gestern bescheinigte Ihnen ein Rechtsgutachten, dass Ihre Facebook-Werbung als Umweltministerin in Rheinland-Pfalz 2011 illegal war. Aber was soll es? Die Grünen haben Wahlkampf gemacht mit diesen illegalen Spenden, will ich so nennen. Haken dran, hinterm Flug Schnee von gestern. Die Wahl haben Sie damit bestritten. Drittens. In den letzten Tagen berichtet das Fernsehen und auch die Zeitungen. In den letzten Tagen berichtet TV und Zeitungen, dass sich während und nach der Flut im Ahrteil, dass Sie sich, Frau Spiegel, weggeduckt haben. Ihre größte Angst war es, die Schuldzuweisung durch Ihren Koalitionspartner. Sie dachten über Play-in-Game nach. Sie sorgten sich ums Lording und ums Gendern. Und Sie schoben die Verantwortung auf Ihre Pressestelle, auf Ihren Staatssekretär. Und Sie verweigerten sogar die Kommunikation. Sie verweigern die Kommunikation mit Parteikollegen. Sie verweigern die Kommunikation mit anderen Ministern und natürlich mit allen, die auch anderswo Verantwortung, nämlich zum Beispiel, vor Ort tragen. Als Politikerin aus dem Ahrtal sage ich Ihnen, wir brauchen keine Ministerin, die nur den eigenen Rücken deckt. Ich schäme mich für Sie. Ich schäme mich für Sie, Frau Spiegel, für Ihr Verhalten gegenüber den Menschen aus dem Ahrtal. Das haben die Flutopfer im Ahrtal wirklich nicht verdient. Und immer wieder aufs Neue schockiert mich auch, mit welchem kühlen parteipolitischen Kalkül Sie, Frau Spiegel, aber auch die ganze Landesregierung in Rheinland-Pfalz im Ahrtal vorgeht. Keine Zusammenarbeit, keine Einladung, keine Information. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist mein Wahlkreis. Keine Information, keine Zusammenarbeit, außer Informationen an die Ampelkoalition. Nur knallharte Parteipolitik. Das kann die Landesregierung in Rheinland-Pfalz. Ich habe das schon bereits in der Sitzung am 25. August hier im Hohen Haus der Ministerpräsidentin Dreyer gesagt. Ich habe Sie für Ihre Unvorfrorenheit kritisiert. Und ich kritisiere heute Sie, Frau Spiegel, hier an der gleichen Stelle. Und ich werde auch nicht aufhören, diejenigen Politiker zu kritisieren, denen es in erster Linie immer nur um die eigene Performance geht, um das eigene Vorankommen, anstatt an die Not der Menschen in solch einer Katastrophe zu denken. Und ja, Herr Baldi, Sie haben es gesagt. Sie haben auf den Landrat in meinem Wahlkreis hingewiesen. Reflexartig kommt das, um von sich selber abzuleiten. Ich darf Ihnen sagen, ich habe auch dem Herrn Landrat Föhler sein Verhalten in der Flutnacht vorgehalten. Und bekanntlich ist Landrat Dr. Föhler auf dem Ticket meiner Partei Landrat. Ihnen, Frau Spiegel, sage ich heute, was ich auch dem Landrat gesagt habe. Nach den Vorkommnissen rund um die Flutnacht an der Ahr haben Sie das Vertrauen der Teile der Bevölkerung verloren. Frau Spiegel, das Vierte. Sie sind nun Bundesfamilienministerin. Und seit drei Wochen ist Krieg in der Ukraine. Zigtausende von Frauen und Kindern kommen hier bei uns an. An den Bahnhöfen in den Großstädten. Und Sie sehen das hier in Berlin, keine 500 Meter entfernt, herrscht Chaos. Kinder müssen in die Schule. Kinder müssen in den Kindergarten. Es kommen traumatisierte Kinder an. Frau Spiegel, was tun eigentlich Sie für diese Kinder? Was tun Sie für diese Frauen, die hier ankommen? Wo waren Sie in der ganzen Zeit? Waren Sie einmal an dem Bahnhof bei den Menschen hier zum Beispiel in Berlin? Was Sie tun, ist das Gleiche, was wir von Ihnen kennen. Sie sagen, ich bin nicht zuständig. Sie schieben wieder einmal die Verantwortung auf andere Ministerien und auf die Kommunen. Und das geht so nicht. In dieser außergewöhnlichen Situation brauchen wir eine Ministerin, die an der Seite der Menschen und der Frauen und der Kinder steht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Liebe Kolleginnen von den Grünen, die Zeit hat in der jüngsten Ausgabe geschrieben. Kann jemand, der in Mainz so seine Geschäfte führt, in Berlin Ministerin sein? Das ist die Frage, die Sie beantworten müssen. Ich kann sagen, die Menschen wollen es nicht. Applaus Phyllis Poulath hat jetzt das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Ich muss kurz durchatmen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktion! Es ist schon schwer erträglich, dass die AfD die aktuelle Stunde hier nutzt, um die Flutkatastrophe und ihre Opfer zu instrumentalisieren. Aber dass die Union in diesen Reigen einstimmt, ist wirklich beschämend, meine Damen und Herren. Wir haben hier einen Redner von der AfD gehört, der wegen Beihilfe zur Körperverletzung rechtskräftig verurteilt wird. Und wir haben eine Abgeordnete gehört, die aus dem Wahlkreis kommt und nicht mal zur Sache gesprochen hat. Und das ist schon entlarvend. Applaus Meine Damen und Herren, wir haben im Deutschen Bundestag Besseres zu tun, als uns solche Krawallinszenierungen anzutun. Dieses wichtige, ernste Thema ließe sich konstruktiv debattieren. Ich könnte jetzt auch sagen, lösungsorientiert und zukunftsgewandt. Aber Ihnen ganz rechts im Saal geht es darum ja gar nicht. Im vergangenen Juli haben sich in Rheinland-Pfalz, Frau Klöckner, wie auch in Nordrhein-Westfalen furchtbare Flutkatastrophen ereignet. Vor allem an der Ahr haben die Fluten Todvernichtung von Häusern, Besitz und Existenzen gebracht. Unzählige haben ihre Perspektiven verloren, viele ihre Hoffnung. Dies ist und bleibt schrecklich. Ich zitiere. Das Leid der Angehörigen können wir nicht lindern, sagte der damalige Bundesfinanzminister und heutige Kanzler Olaf Scholz. Und dass denen geholfen wird, denen geholfen werden kann, meine Damen und Herren. Dieses Hohe Haus hat sich damals zügig mit diesem Thema befasst. Wir hatten Ende vergangenen August eine gute, fundierte, alle demokratischen Fraktionen umfassende Debatte über die sie zuziehenden Lehren aus der Hochwasserkatastrophe. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl natürlich inhaltlich entsprechend kontrovers. Wie soll es auch anders sein? Aber es wurden mit breiter Mehrheit Beschlüsse gefasst, meine Damen und Herren. Allen voran zum Aufbaufonds über 30 Milliarden Euro für die von der Flut besonders betroffenen Gebiete. Das reicht uns als Fortschrittskoalition aber nicht, meine Damen und Herren. Es braucht auch mehr Verantwortung des Bundes. Die Bundesebene muss in bestimmten Lagen besonderen Ausmaßes koordinierende Aufgaben übernehmen und den Informationsfluss steuern, meine Damen und Herren. Hierzu sollten auf Bundesebene beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe alle Informationen über Fähigkeiten, Ressourcen und Entwicklungen zusammenlaufen. Die Klimakrise wird uns häufigere und extremere Unwetter bringen, zunehmende und langhaltende Dürrephasen, Waldbrände, Starkregenereignisse und Überschwemmungen. Diese Krise duldet keinen Aufschub im politischen Handeln. Deshalb ändern sich auch die Herausforderungen im Katastrophenschutz kontinuierlich. Mitten im Katastrophenschutz, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, mitten im Katastrophenschutz in Bad Neuenahr-Ahrweiler befindet sich die Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und zivile Verteidigung. Sie ist die Aus- und Fortbildungseinrichtung des Bundes im Bevölkerungsschutz. Darüber hinaus befinden sich die Führungsstellen aller Hilfsorganisationen, der Feuerwehren, der Polizeien, der Bundesanstalt THW und der Bundeswehr auf dem Gelände. Wir werden als Koalition diese wichtigen Hilfsstrukturen endlich, liebe Kolleginnen von der Union, massiv stärken. Und wir wollen, dass eine nationale Resilienzstrategie das Dach für alle Aktivitäten zur Katastrophenvorsorge und Erhöhung der Resilienz der Bevölkerung in Deutschland wird. Sie hier am rechten Rand hätten heute Gelegenheit gehabt, diese aus bundespolitischer Sicht wichtigen Themen in den Mittelpunkt zu rücken. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Es geht dieser Seite nicht um die Sache, das haben wir heute gemerkt, sondern wie immer um Krawall. Da sollten Sie sich distanzieren von, sehr geehrte Kolleginnen von der Union, und auch Sie, Frau Klöckner. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt auf Ihre Rede, Frau Klöckner. Sie werden wahrscheinlich genauso Krawall und Klamauk mitmachen, wie die Kollegen von der AfD. Frau von Storch, Sie rufe ich jetzt zur Ordnung wegen wiederholten Ignorierens der Allgemeinverfügung in der Präsidentin in Bezug auf das Tragen der Maske zum Schutz aller Kolleginnen und Kollegen hier im Hause. Weitere Maßnahmen muss ich mir vorbehalten. Das machen wir jetzt seit drei Tagen, und das haben wir eine Weile freundlich gemacht mit der Bitte. Jetzt ist klar, dass Sie das offensichtlich nicht beachten wollen. Jetzt gebe ich das Wort dem Kollegen Dr. André Hahn für Die Linke. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir zunächst drei grundsätzliche Anmerkungen. Erstens. Dass sich gerade die AfD hier als moralische Instanz aufzuspielen versucht, ist ebenso durchschaubar wie schäbig. Das macht es allerdings nicht einfacher, hier zu diesem schwierigen Thema zu sprechen. Zweitens. Die Aufarbeitung möglicher Versäumnisse einzelner, verantwortlicher oder auch von systemischen Behördenversagen bei der verheerenden Flut im vergangenen Sommer, die sehr viele Menschenleben gekostet und Milliardenschäden verursacht hat, ist ohne Zweifel ebenso dringend notwendig wie das Ziehen von Konsequenzen für die leider auch zukünftig zu erwartenden Naturkatastrophen. Dabei geht es natürlich um bestmögliche Prävention, aber auch um deutlich gestärkte Warnsysteme zur rechtzeitigen Information der Bevölkerung und wirklich funktionierende zwischen Bund, Ländern und Kommunen abgestimmte Zuständigkeiten für die unmittelbare Krisenbewältigung, also den Schutz und die Rettung von betroffenen Menschen sowie existenziell wichtiger Infrastrukturen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe in Sachsen und als Mitglied im Sächsischen Landtag mehrere, teils schwere Hochwasser an der Elbe erlebt, auf die wir nicht ausreichend vorbereitet waren. Drittens. Auch Politikerinnen und Politiker können Fehler machen. Davor ist niemand wirklich gefeit. Sofern es dabei um strafrechtliche Vorwürfe geht, ist das Sache der Justiz. Dazu gab es und gibt es ja auch in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz entsprechende Ermittlungsverfahren. Wenn es um vermeintliches oder tatsächliches politisches Fehlverhalten von Regierungsmitgliedern geht oder um fragwürdige Entscheidungen, dann ist es Sache der jeweiligen Parlamente, diese Dinge aufzuklären. Deshalb gibt es sicher aus guten Gründen auch einen Untersuchungsausschuss im Landtag von Rheinland-Pfalz. Ob und welche Versäumnisse oder Fehler Anne Spiegel, die jetzige Bundesministerin für Frauen und Familie, womöglich begangen hat, soll und muss eben in diesem Gremium in Mainz aufgeklärt werden. Das ist nicht Aufgabe des Bundestages. Ich füge hinzu, dafür braucht es schon gar keine von der AfD beantragte Aktuelle Stunde. Dennoch abschließend einige Anmerkungen zu den im Raum stehenden Vorwürfen gegen Frau Spiegel, die er dazu selbst vor wenigen Tagen vor dem Untersuchungsausschuss in Mainz ausgesagt hat. Natürlich haben auch Minister ein Privatleben und können sich in ihrer Freizeit treffen, mit wem sie wollen. In einer derart kritischen Situation, wie sie sich im Ahrtal offensichtlich abgezeichnet hat, aber über Stunden weitgehend abzutauchen, war falsch und ist nicht nachvollziehbar. Dies ist insbesondere deshalb, wenn es denn zutreffen sollte, dass die zu ihrem Ministerium gehörende Landesumweltbehörde bereits am Nachmittag des 14. Juli für die Ahr katastrophale Pegelstände weit über dem vorherigen Jahrhunderthochwasser vorausgesagt hatte. Und wie die damalige Landesministerin angesichts dessen eine Presseerklärung autorisieren konnte und veröffentlichen ließ, in der wörtlich gesagt wurde, es drohe kein Extremhochwasser und das Land sei gut vorbereitet. Das ist mir schlichtweg unbegreiflich. Und wenn Frau Spiegel vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt hat, sie hätte die Erklärung nur kursorisch gelesen, dann passt das aus meiner Sicht nicht damit zusammen, dass sie denn persönlich eine konkrete Veränderung daran vorgenommen hat, indem sie nämlich ein im Text enthaltenes Wort zu gendern wusste. Und tut mir leid, in einer derart angespannten Situation ist das offenkundig eine falsche Prioritätensetzung. Ich verzichte hier ganz bewusst darauf, geführte oder nicht geführte Telefonate oder gesendete E-Mails zu thematisieren. Dazu sind andere Gremien berufen. Dennoch sage ich abschließend, Frau Ministerin Spiegel, Das Ganze ist nicht eine Frage des Wordings. Und es waren auch keine kleinen Unachtsamkeiten. Sie haben Fehler gemacht und sollten dazu auch stehen. Ganz zum Schluss wünsche ich an der Spiegel natürlich eine möglichst schnelle Genesung und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich erteile Manuel Höferling das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ja, die Debatte über zu treffende Konsequenzen aus der Flutkatastrophe ist ein wichtiges Thema. Ich habe gestern bereits an dieser Stelle etwas über einen AfD-Antrag gesagt. Und auch heute ist der Befund ein ähnlicher. Erneut schaffen Sie es nicht, einen sinnvollen Debattenbeitrag für die Probleme der Menschen in diesem Land zu finden. Und mit dem Blick auf die fragenden Gesichter und rufenden Gesichter von rechts außen will ich Ihnen auch gerne sagen, warum Ihr Schauspiel ein unwürdiges ist. Wenn Sie sich einmal aufmerksam umschauen hier, dann sehen Sie, wir sind in Berlin und nicht in Mainz. Und Herr Baldi hat es auch schon gesagt. Sie wissen es, und ich glaube, Sie wissen, wie Parlamentarismus und Föderalismus funktioniert. Die Bevölkerungsschutzfragen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe und die Verantwortlichkeiten von Ministerinnen und Ministern in diesem Zusammenhang werden in einem Untersuchungsausschuss, der auch gerade noch tagt übrigens in Mainz, besprochen und debattiert. Und dann würden Sie vielleicht auch einen Blick frei haben auf die Möglichkeiten, dass Missstände im Bevölkerungsschutz gelöst werden müssen. Und das passiert dort, und das ist auch richtig so. Die betroffenen Menschen, gerade die im Ahrtal, haben einen Anspruch darauf, Aufklärung und auch Konsequenzen daraus in einer neuen Art der Aufstellung, der Strukturierung, der Verantwortung zu bekommen. Und ich bin mir sicher, Frau Ministerin Spiegel wird selbstverständlich alles dazu beitragen, um Versäumnisse in den Ministerien aufzuklären. Und ich bin mir auch sicher, dass weitere Personen, wie zum Beispiel Teil des Ausschusses, es ist ja auch andere Ministerien, beispielsweise das Innenausschuss, das Innenministerium aufzuklären, bin mir sicher, dass die Verantwortung dann auch übernommen wird. Das alles passiert in Rheinland-Pfalz und nicht hier. Ich habe mir die Frage gestellt, warum Sie diese Aktuelle Stunde stellen, wo es doch so wichtige Themen gibt für die Menschen im Ahrtal. Die Menschen im Ahrtal fragen sich, was macht denn die Politik, damit so etwas nicht wieder passiert. Und ein Beitrag zur Problemlösung heute wäre ja gewesen, wenn wir heute über die Modernisierung des Bevölkerungsschutzes gesprochen hätten, damit sich eine solche schreckliche Tragödie im Ahrtal nicht dort oder woanderswo wiederholen könnte. Und da hätten Sie beispielsweise über bessere, schnellere, überregionale Koordination sprechen können. Das würde helfen, meine Damen und Herren. Wir hätten auch darüber diskutieren können, wie wir Warnungen verbessern, wenn wir die Warnsysteme in Deutschland nicht nur auf die Höhe der Zeit bringen wollen, sondern wenn wir sie verbessern wollen, dann würde das helfen. Wir hätten auch darüber diskutieren können, wie wir den Bevölkerungsschutz insgesamt modernisieren und besser machen können. Dass es nicht nur darum geht, mehr Geld in den Bevölkerungsschutz zu stecken, sondern auch an die Strukturen zu gehen, an die Zuständigkeiten und an die Kommunikationswege. Das hätte geholfen. Wir hätten auch darüber diskutieren können, wie der Zivilschutz als Teil des Bevölkerungsschutzes wiederhergestellt werden kann, gerade vor den aktuellen Ereignissen und des gestrigen Tages hinsichtlich der Ukraine. Wir hätten darüber sprechen können, wie man reagiert, wenn ein Land angegriffen wird und die Zivilbevölkerung geschützt werden müsse. Wir hätten darüber reden können, wie man diesen Zivilschutz grundlegend modernisiert. Beispielsweise hätte man auch Aufgaben des Zivilschutzes darüber sprechen können, wie wir ihn erweitern können. Zum Beispiel die Frage, ob ABC-Schutz, also der Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Bedrohungen, vielleicht um eine D-Komponente, um den Schutz vor digitalen Angriffen, erweitert werden müssen. Darüber hätten wir reden können, und das hätte geholfen. Dagegen haben Sie sich aber entschieden, meine Damen und Herren der AfD, und Sie haben auch damit mit dem Antrag heute kein einziges Problem gelöst. Und dass Sie so reagieren, wie Sie jetzt reagieren, Herr Münzenmaier, Sie hören gar nicht auf, reinzubrüllen. Und ich weiß auch, warum. Weil es Ihnen nämlich nicht um die Menschen in diesem Land geht. Ihnen geht es darum, hier ein politisches Schauspiel für Ihre YouTube-Kanäle zu produzieren. Und das unterscheidet uns fundamental von Ihnen. Wir machen Politik für die Menschen. Wir sehen, dass es Probleme gab. Wir sehen, dass es Katastrophen gab. Und wir verwenden unsere Arbeitszeit dafür, dass wir die Probleme in Zukunft besser lösen können. Die Menschen in diesem Land erwarten nämlich von Politik. Und übrigens genau die Menschen im Ahrtal, die nämlich inzwischen so weit sind, dass sie gar nicht mehr unterscheiden zwischen den Politikern. Und Sie stellen die ganzen Politiker von der kommunalen Basis, die sehr ehrenamtlich jeden Tag den Hintern aufreißen, bis zu diesem Haus in einen Verruf, weil sie sich um solche Dinge beschäftigen, anstatt um die Problemlösung der Menschen. Und das ist das Problem, was wir derzeit in vielen Ebenen der Politik haben. Ich habe noch zehn Sekunden, Herr Münzenmaier. Und das war es mir wert, Ihnen noch einmal sagen zu können und der ganzen AfD. Herzlichen Dank. Ich gebe Nicole Höchst das Wort für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren der Bundesregierung! Werte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich persönlich bedauere es sehr, dass Frau Spiegel erkrankt ist und sie die Gelegenheit wahrnehmen muss, dieser Debatte am Bildschirm beizuwohnen. Und ehrlich gesagt, ich schäme mich, ob der Einlassung der Ampelfraktion in Bund und Land angesichts der Notlage vor Ort, die fortbesteht und angesichts der vielen Toten, die nie wieder durch solche Gesichtsmasken atmen werden. Herr Höferlin, das hier ist eine Aktuelle Stunde, kein Antrag, und ich finde es trotzdem spannend, dass Sie noch die Hupze haben, uns von der AfD-Fraktion belehren zu wollen. Nein, meine werte Kollegen, es ist kein Skandal, dass die AfD-Fraktion diese Aktuelle Stunde in Kenntnis der krankheitsbedingten Verhinderung der Ministerin beantragt hat. Es ist mir klar, dass Sie am liebsten hätten, dass wir alle Rücksicht nehmen sollen auf die gesundheitliche Disposition der Ministerin und heute nicht über die Vorwürfe an Ihrer Adresse reden sollen. Das zeigen auch Ihre Redebeiträge. Also schimpfen Sie uns als piotätlos, lachen Sie, schreien Sie, dreschen Sie die üblichen Phrasen. Das sind wir von Ihnen gewohnt, aber wir lassen Ihnen dieses durchsichtige Ablenkungsmanöver trotzdem nicht durchgehen. Es ist vielmehr ein Skandal, dass Sie in der Regierung einfach alle die Köpfe einziehen und das im Raum stehende Komplettversagen der Familienministerin in ihrem zuletzt verantwortlich geführten Ressort einfach aussitzen wollen. Klar, diese bewährte Praxis hat sich ja für alle Regierungen in den letzten Jahren hervorragend bewährt. Egal wie groß der Skandal und egal wie groß der Schaden für das deutsche Volk, die Regierungen der letzten Jahre gingen grundsätzlich in Deckung, saßen aus, bemäntelten und beschwiegen erfolgreich. Die Einlassungen heute, die wir gehört haben, außer einigen von den Linken und den meisten der CDU-Kolleginnen, verhöhnen die Familien der Toten. Und Frau Polat, Sie ganz besonders an Ihrer Adresse schämen Sie sich. Werte Bundesregierung, Sie alle tragen durch Ihr Wegticken und das nach oben wegloben von skandalbehafteten Personalien zum Vertrauensverlust in die Politik und in politische Mandats- und Amtsträger maßgeblich bei. Und Vertrauensverlust ist nur eine der vielen Gründe, warum wir heute von der Alternative für Deutschland hier stehen und Ihnen mit Mut zur Wahrheit den Spiegel vorhalten, um Sie daran zu erinnern, wofür Sie ihr angetreten sind zum Wohle des deutschen Volkes. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren der koalierenden Fraktionen, ich muss Ihnen den oder die Spiegel vorhalten. Es fällt auf Sie alle zurück, wenn Sie Leute in Verantwortung hieven, die diesen Personen um mehrere Größen zu groß sind. Sie müssen sich wirklich die Frage stellen, ob Sie noch Ihren Wählern da draußen verkaufen wollen und können. Sie hätten das Gesamtpaket Anne Spiegel, welches Sie für diesen Posten ausgewählt und gecastet haben, auf Eignung, Leumund und Integrität geprüft hätten und für gut befunden haben. Die Kollegin Heil hat einiges zu dem gesagt, was wir in Rheinland-Pfalz an leidvollen Vorerfahrungen mit dieser Personalie Anne Spiegel schon erleben durften. Aber wissen Sie selbst, das Nichtprüfen dieser Personalie wäre ein Skandal, und Sie müssen das alle Ihren Wählern verkünden, warum Sie das trotzdem gemacht haben. Sie müssen sich auch gefallen lassen, dass die Kritik aufkommt, Sie hätten im Augen zu- und durchverfahren, Frau Spiegel, nach dem PETA-Prinzip zur Bundesministerin gemacht. Wegen eklatanten Vollversagens in Rheinland-Pfalz stand Frau Familienministerin, jetzt Familienministerin Spiegel in Rheinland-Pfalz schon in der Kritik 2018, Frau Heil hat es gesagt, kamen schon Rücktrittsforderungen. Ja, ich weiß, was ich rede, ganz egal, was Sie jetzt reinrufen, das ist ja das Übliche, Sie rufen rein, lenken ab von der Sache, Frau Polat, das haben Sie vorhin in Ihrer Rede auch schon gemacht. Leider, so wie so oft, wenn Haltung über Recht und Gesetz gestellt wird, werte Kollegen von den Grünen, deckten Sie auch damals in Rheinland-Pfalz das Fehlverhalten der Ministerin. Es ist aber eben nicht in Ordnung, als Amtsträger nach Gutsherrenart jederzeit Justizia in die Speichen zu greifen. Und meine Damen und Herren von der Grünen-Fraktion, ich gehe davon aus, dass Sie qualifiziertere, integriere Menschen in Ihren Reihen haben, die der Verantwortung gerecht werden könnten. Sie haben von Anfang an diese, nach Ihren Worten, Zukunftskoalition mit dieser Personalie belastet. Das müssen Sie sich gefallen lassen, dass Sie von vornherein diese Koalition, diese Regierung mit Frau Anne Spiegel, dieser fähigen Ministerin belastet und vergiftet haben. Und Sie alle anderen, überlegen Sie sich, ob Ihr Amtsverständnis das Gleiche ist von Verantwortung wie das der von Frau Spiegel. Und vielleicht können Sie dem Wort Haltung noch mal eine andere Note beilegen, die nämlich bedeutet, wenn ich versagt habe, dann trete ich zurück. Frau Kollegin, Sie müssten bitte zum Ende gekommen sein. Matthias David Miebes hat das Wort für die SPD-Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im letzten Jahr sind im Ahrtal mehr als 100 Menschen gestorben. Mehr als 700 Menschen wurden verletzt. Wir gehen davon aus, dass ungefähr 42.000 Menschen betroffen sind. Und zur Bewältigung einer solchen Katastrophe brauchen wir beim besten Willen keine Spielchen im Bundestag, sondern eine gemeinsame Kraftanstrengung für die Menschen in Rheinland-Pfalz. Und zu dieser Kraftanstrengung gehören vor allem zwei Dinge. Das Erste ist Aufbauen und das Zweite ist Aufarbeiten. Beim Aufbau geht es darum, unzählige Häuser wieder aufzubauen. Wir brauchen neue Kitas, wir brauchen neue Dorfgemeinschaftshäuser und Schulen. Es geht darum, die Infrastruktur an vielen grundlegenden Dingen wieder aufzubauen. Und das braucht zum einen Geld. Dafür haben die Bundesregierung gemeinsam mit den Bundesländern einen milliardenschweren Fonds aufgelegt. Die Landesregierung unter Ministerpräsidentin Margot Dreyer kümmert sich an vielen Stellen darum, diese Krise, diese Katastrophe zu bewältigen. Genauso wie die vielen Ehrenamtlichen. Und die möchte ich einmal hervorheben. Denn wir haben unzählige Feuerwehrfrauen in Rheinland-Pfalz, unzählige Männer beim Katastrophenschutz, Vereine, die alle ins Ahrtal gefahren sind, um beim Aufräumen zu helfen, um beim Aufbauen zu helfen. Und das sind meine Helden des Tages, meine Helden des Jahres. Das sind die Vorbilder, über die wir reden sollen und bei denen wir uns alle bedanken. Ich bin stolz und dankbar für die vielen freiwilligen ehrenamtlichen Helfer, die ihre Arbeit leisten beim Aufbauen. Neben dem Aufbauen ist aber auch das Aufarbeiten. notwendig. Denn es stellen sich viele wichtige Fragen. Wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen? Was hat in den Meldeketten nicht funktioniert? Wo muss unser Katastrophenschutz, unsere Feuerwehren besser ausgestattet werden? Wo haben Beteiligte und, das muss man auch sagen, wo haben verantwortliche Fehler gemacht? Das zeigt, wie ernst die CDU, CSU und die AfD die tatsächlichen Probleme nehmen. Die tatsächlichen Probleme werden nämlich aufgearbeitet in einem Untersuchungsausschuss, der auch heute wieder tagt. Und dieser Untersuchungsausschuss, der tagt in Mainz. Dort gehört er auch hin und nicht in den Bundestag nach Berlin. Wir brauchen eine Kraftanstrengung für den Aufbau. Dieser Aufbau ist nämlich notwendig für die Menschen vor Ort im Ahrtal. Und wir brauchen das Aufarbeiten für uns alle, damit wir die richtigen Lehren aus dieser Katastrophe ziehen und am Ende konsequent handeln. Und dafür appelliere ich an die Vernunft der Menschen in diesem Haus, sinnlose Scheindebatten sein zu lassen und sich darum zu kümmern, dass wir handeln. Und zwar gemeinsam für die Menschen, die uns Unterstützung brauchen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Die Kollegin Julia Klöckner hat das Wort. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen, 134 Menschen, die nicht mehr leben, die gestorben sind in der Nacht. Wir als Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, wir haben nicht nur die Schlagzeilen, sondern die Bilder vor Ort. Fast jeder von uns, der in Verantwortung ist, war dort sehr eindeutig vor Augen. Und ganz viele Menschen fragen sich noch immer, und Sie sehen das nicht als Scheindebatte, warum hat das keiner kommen sehen, dieses Jahrhunderthochwasser? Viele fragen sich, wie konnte das geschehen, dass eine Landesregierung mit ihrem zuständigen Amt von einer solchen Flutwelle überrascht geworden ist, obwohl die Behörden wussten, dass Starkregenereignisse drohen und Wetterexperten sagen, ja, Zitat von Sekunde 1, war klar gewesen, was passieren würde. Und schon am 12. Juli. Frau Anne Spiegel, damals in Verantwortung als zuständige Umweltministerin, gab an den Nachmittag, späteren Nachmittag, nach 16 Uhr, kurz vor 17 Uhr, und die Meldung sollte vorher nicht raus, weil sie vorher noch im Landtag reden wollte und wollte noch ihren Auftritt einbetten in diese Meldung. Sie gab in dieser Meldung noch raus, es droht kein Extremhochwasser. Aber stattdessen schaut man auf die Kommunen, und von denen verlangt man, dass sie all das tun mit Warnungen, die sie eigentlich hätten aus Mainz bekommen können. Und so schiebt man Verantwortung ab. Und es geht nicht heute um die Frage, ob das ein Mainzer Geschehen ist. 134 Menschen, wie er hier sagt, das sei nicht ein Geschehen von einem Ausmaß, was uns alle betrifft, der hat auch nicht verstanden, was die Verantwortung von Ministern ist. Und aus diesem Grund, um es noch mal zu verdeutlichen, Frau Spiegel war verantwortlich für das Landesamt für Umwelt. Und dieses Landesamt hat um 18 Uhr 25 Uhr als Menschen, als das, ja Sie rufen hier rein, wissen Sie, was da passiert? Da sind Menschen mit Hubschraubern von ihren Dächern geholt worden. Da sind Menschen, die haben gekämpft und geschrien bis zum Schluss. Da kann man doch nicht um 18 Uhr 25 den Wasserpegelstand noch korrigieren, nach unten auf vier Meter und in der Nacht türmte sie sich auf neun Meter an. Und man wusste, dass das damalige Jahrhunderthochwasser 2016 bei 3,71 Meter war. Und man sagt, es sind nur vier Meter und es ist kein Extremhochwasser. Es wurde nichts korrigiert. Und eine Ministerin, die das mitbekommt, die kümmert sich. Was hat Frau Spiegel gemacht? Sie geht essen mit einem Parteifreund und legt sich schlafen. Am nächsten Morgen interessiert sie eines, ob es ein Plame-Game gibt zwischen dem Innenminister und ihr. Da geht es darum, und ich darf zitieren, der Fokus hatte daraus zitiert. Er sagte, Anne braucht ein glaubwürdiges Image. Anne bei Reparaturarbeiten, Besuch mit Journalisten, bei Hochwassermeldezentren. Sie braucht eine glaubwürdige Rolle, Wording, das man rechtzeitig gewarnt habe. Hier geht es um Wording und nicht um Wahrheit. Und deshalb stellt sich die Frage, ob eine solche Ministerin, die ihren Job und ihr Ministerium in Mainz nicht im Griff hatte, ob sie geeignet ist, ein größeres Bundesministerium zu führen. Darum geht es hier. Und ich will eines sagen, vor Ort der Landrat dieses Landkreises ist nicht mehr im Amt. Frau Spiegel ist befördert worden zur Bundesministerin. Und wir brauchen keine Minister für Schönwetterzeiten. Wenn ein Minister in einer Krise abtaucht, wenn ein Minister in einer Krise abtaucht, für was braucht man ihn dann, wenn er nur für schön Wetter da ist und sich Gedanken macht, wie sie selbst, diese Ministerin, in Pressemitteilungen dasteht? Während die Horrormeldungen immer größer geworden sind, macht sich das Ministerium um Frau Spiegel und mit ihr zusammen nur Gedanken darum, wie sie öffentlich dasteht. Ich halte das für ungeeignet, ein Bundesministerium zu führen, das noch viel größere Aufgaben hat als das Landesministerium. Und darüber müssen wir hier heute auch sprechen. Denn es ist einfach so abzutun, einfach so abzutun, dass diejenigen, die jetzt über die Verantwortung von Politikern reden, dass diese Personen nicht an konstruktiven Debatten und Entscheidungen des Aufbaus interessiert sind. Also da muss ich Ihnen sagen, das finde ich mehr als unverschenkt. Ich weiß, dass Sie verteidigen wollen und verteidigen müssen, aber man muss auch ein bisschen Acht geben, welche Linie man da überschreitet. Frau Heil, die in diesem Wahlkreis so aktiv ist, sie hat Stunden, sie hat Nächte, sie hat Tage dort geholfen, diesen Menschen. Ich weiß nicht, ob Sie das alles gemacht haben. Aber solchen Leuten und unseren Leuten vorzuwerfen, würde es nur um Schein und Sonstiges gehen. Uns geht es um die Eignung von Politikerinnen und Politikern und ob man am Ende ein Image haben kann, wo man sagt, Politikern kann man vertrauen, und die sind geeignet. Und das stellen wir hier in Frage. Frau Kollegin, kommen Sie zum Ende, bitte. Dankeschön. Dr. Till Steffen spricht jetzt für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich habe sehr großen Respekt vor Abgeordneten, die sich der Arbeit in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss stellen, weil das ist harte Arbeit. Meistens wenig Ruhm. Man muss sich sehr intensiv in die Sachverhalte einlesen, muss tage- und auch nächtelang Anhörungen mitverfolgen, muss genau aufpassen und sehr genau nachfragen. Und das ist eine harte Arbeit. Ich selber habe mich dem auch mehrfach gestellt in 17 Jahren als Abgeordneter auf der Landesebene. Und in der Tat gehört es auch dazu, manche steile These manchmal in den Raum zu stellen und genau dann zu überprüfen, wie sich die Sachverhalte zugetragen haben. Dazu gehört in diesem Fall sehr, sehr sorgfältig aufzuarbeiten, wer wann welche Information hätte geben müssen und wer wann welche Information gegeben hat. Dazu gehört es sehr, sehr sorgfältig, die Frage zu stellen, wer welche Zuständigkeiten hatte. Und das sage ich so deutlich, weil nichts ist schlimmer in einer Katastrophensituation, als wenn alle wild durcheinander laufen und man sich an Zuständigkeiten nicht hält. Es ist ganz wichtig in solchen Situationen, dass Zuständigkeiten klar sind und dass an der Stelle, wo tatsächlich der Katastrophenstab übernehmen musste, er auch übernommen hat, was ja der Fall war. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Und ich habe auch großen Respekt vor allen, die sich als Ministerinnen und Minister solchen Untersuchungsausschüssen stellen müssen. Ich selber habe das ja auch mehrfach erlebt. Mancher steht da und sagt dann, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Das ist aber ein anderes Thema. Arne Spiegel hat sich dem Untersuchungsausschuss gestellt und hat sehr detailliert Rechenschaft abgelegt. Und sie hat das nicht im Rahmen von Interviews gemacht, sondern sie hat gesagt, ich stelle mich der Verantwortung vor dem Untersuchungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags. Und das ist genau richtig. Und der Untersuchungsausschuss muss seine Arbeit machen. Und der wird seine Ergebnisse vorlegen. Und das wird natürlich dann auch passieren. Genau das Gleiche macht der Untersuchungsausschuss zur gleichen Flutkatastrophe im nordrhein-westfälischen Landtag, wo ja auch viele Fragen gestellt werden und wo sich die Ministerinnen und Minister vielen Fragen stellen müssen. Das ist der richtige Umgang mit diesem Thema. Und jetzt kommt hier die AfD. Wir kennen ja die Arbeit der AfD in Ausschüssen. Tatsächlich ist es ja nicht wirklich ihr liebstes Hobby, intensiv in Ausschüssen zu arbeiten und hart an der Sache zu sein. Sondern was Sie machen, was Sie machen, ist ja meistens nur die Schaumschlägerei hier im Plenum, so wie wir es ja heute erlebt haben. Und der Auftritt hier heute, das muss man sich vorstellen, Da wird hier mit großer Empörung an die politische Verantwortung, an die Moral erinnert. Und der Redner, der hier die Debatte eröffnet hat, ist ein rechtskräftig verurteilter Straftäter. Und das ist tatsächlich doch interessant, dass Sie meinen, Sie müssen hier anderen etwas erzählen über politische Moral. Das finde ich absolut unangemessen. Und das macht deutlich, welche Maßstäbe Sie an sich und welche Maßstäbe Sie an andere anlegen. Und ich finde, Frau Kollegin Heil, ich finde nicht gut, dass Sie sich dieser Debatte hier so angeschlossen haben. Ich finde, es hätte bessere Gelegenheiten gegeben, es hätte bessere Gelegenheiten gegeben, als bei einer AfD-Anmeldung dieses Thema hier aufzumachen. Und es entbehrt nicht einer gewissen, doch, ich finde, das ist schon wichtig. Es ist schon wichtig zu gucken, was die AfD macht mit solchen Themen und was sie macht mit dem Thema der parlamentarischen Demokratie, mit welchem Ernst sie diese Themen angeht und was auch an Absichten dahintersteht. Und ich möchte in diesen Fragen die CDU und CSU an meiner Seite haben. Das ist mein Wunsch und meine Erwartung. Und es entbehrt tatsächlich dann nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet hier in dieser Debatte Julia Knöckler sich darüber Gedanken gemacht, welchen Stellenwert PR an der politischen Arbeit haben könnte. Also, das finde ich ist eine besondere Ironie, weil ich finde, ich finde, das ist doch... Nein. Nein, weil tatsächlich, weil Sie tatsächlich hier sich dieser Frage nicht stellen. Sie ziehen einzelne Punkte heraus aus der Arbeit des Untersuchungsausschusses des Rheinland-Pfälzischen Landtages. Dort gehört genau diese genaue Auseinandersetzung, die es dringend braucht, hin. Und was Sie hier machen, ist wirklich ein absolut billiges Schauspiel. Das Wort hat die Kollegin Sandra Bubendorfer-Licht für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Schon wieder darf sich das Hohe Haus mit einer Frage der Haltung in einer aktuellen Stunde der Opposition beschäftigen. Dass eine Opposition die Frage der Haltung der Koalition natürlich thematisieren muss, gehört zum politischen Geschäft. Haltung, das ist ein großes Wort. Aber dennoch ist sie von entscheidender Bedeutung. Denn eine Haltung haben ist die Voraussetzung dafür, um Sicherheit zu geben und um Verlässlichkeit zu garantieren. Ob man Haltung, Prinzipien, Treue und Verlässlichkeit mit der AfD verbindet, mag jeder für sich selbst bewerten. Ich komme dazu zu einem sehr eindeutigen Schluss für mich. Wie ernst es die AfD mit dem Thema Haltung nimmt, erkennt man am Wesenskern dieser aktuellen Stunde. Die Katastrophe im Ahrtal, diese unfassbar schlimme Flut, eignet sich eben nicht für politische Ränkespiele von Opposition gegen Koalition, sondern sollte in erster Linie uns allen Mahnung und Warnung sein. Werte AfD, wenn Sie Haltung hätten, würde es Ihnen um die fachliche Aufarbeitung der Katastrophe sowie die notwendigen Maßnahmen zur besseren Aufklärung und Stärkung des Katastrophenschutzes gehen. Wenn Sie Haltung hätten, dann hätten Sie einen inhaltlichen Antrag eingebracht. Die Katastrophe vom letzten Juli war eine Katastrophensituation von enormem Ausmaß. Die vielen Toten, die Zigtausenden, die ihr Zuhause verloren haben, all die Zerstörung hatte ein Ausmaß, das wir immer erhofft hatten, nie erleben zu müssen. Diese Angst vor einer derartigen Katastrophe führt auch zur Verdrängung der Gefahr, ein Mechanismus, der nichts entschuldigt, aber vielleicht manches nachvollziehbarer macht. Die rein politische Schuldzuweisung, die politische Anklage zur eigenen Profilierung ist, ist aber mindestens genauso falsch und unangebracht, wie es auch die falsche Einschätzung von Frau Ministerin Spiegel war. Wenn es Ihnen wirklich um die Sache geht, dann lassen Sie uns darüber reden, was wir tun müssen, damit wir einer derartigen Tragödie besser vorbauen. Verhindern werden wir Naturkatastrophen nicht, aber wir können uns auf den Ernstfall vorbereiten. Wir müssen als Politik und Gesellschaft den Katastrophenschutz, wie auch den Zivilschutz, und der sei ausdrücklich in dieser Situation erwähnt, wieder ernst nehmen. Wir haben jahrelang Raubbahn der Vorsorge und Vorbereitung betrieben, und das setzen wir nun an. Das geht in erster Linie mit dem nun endlich eingeführten Frühwarnsystem Cell Broadcasting. Dieses hätte im Sommer viele, viele Menschenleben retten können. Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass die operativen Einheiten im Katastrophenschutz wie Feuerwehr, THW oder Hilfsorganisationen bestens ausgebildet sind und unter strukturierter Führung und Leitung stehen. Wir können sehr stolz sein auf dieses Fundament von Ehrenamtlern, die in solchen Situationen diesen enormen Dienst an der Gesellschaft leisten. Offenkundige Mängel gibt es jedoch bei den Verwaltungs- und Krisenstäben in der Kommunikation und Ablaufstruktur. In eben diesen Stäben muss endlich angesetzt werden. Außerdem muss die Zivilbevölkerung wieder mehr in Sachen Selbstschutz angeleitet werden, um in solchen Situationen auch die richtigen ersten Handlungsschritte zu vollziehen. Denn solche Katastrophen werden uns in der Zukunft häufiger bewegen. Wenn wir eine klare Haltung bei diesem wichtigen Thema haben wollen, müssen wir den Katastrophenschutz entsprechend finanziell ausstarten und gleichzeitig aber auch strukturell stärken und verbessern. Entscheider vor Ort müssen die richtigen Handlungsempfehlungen an die Hand bekommen. Diese können vom BBK vermittelt werden. Daher wurde dieses Bundesamt nun gestärkt. Auch das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern wird zeitnah eröffnet. Das hilft der Vorbeugung zukünftiger Katastrophen, aber keine Hetzjagden und auch keine Schuldzuweisungen. Lassen Sie uns deshalb im Innenausschuss und in den Ländern inhaltlich mit Experten an der Optimierung arbeiten. Mir war ein Bedürfnis, hier mal wieder inhaltlich auf die Notwendigkeit eines resilienten Katastrophenschutzes eingegeben. Herzlichen Dank. Ich glaube, liebe AfD, wir haben aufs Cell Broadcasting schon hingewiesen. Da haben Sie das Wort doch nicht einmal gekannt. Für diese Sitzungswoche wird es wohl die letzte erste Rede sein. Und Mario Czaja hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben jetzt viel gehört von Versagen, von Fehlern, von Verantwortung und von Rechtfertigungen. Und nichts davon macht nur ein Todesopfer dieser furchtbaren Flutkatastrophe wieder lebendig. Nichts davon macht dieses Geschehen rückgängig. Ja, man kann Häuser wieder aufbauen, Brücken wieder aufbauen und reparieren, Bahnstrecken wieder in Betrieb nehmen. Um die Todesopfer können wir nur trauern. Den Familien beistehen. Mit diesem Wissen muss jeder leben, auch jeder, der in dieser Flutnacht politische Verantwortung hatte. Und ja, wer Verantwortung übernimmt, macht Fehler. Gerade in besonders herausfordernden Situationen kann einiges an Fehlern geschehen. Und gemachte Fehler sind gemachte Fehler. Sie sind nicht rückgängig zu machen. Dennoch, man kann aus den Fehlern lernen. Neue Verantwortung übernehmen oder das und in das Gelernte mit einfließen lassen. Aber wenn sich staatliche Stellen in Extremsituationen in Kompetenzgerange begeben oder gar abtauchen, dann ist immer vorbei mit Verantwortung. Wenn nur noch die Suche nach einem künftigen Schuldigen beginnt, wie man hier überall nachlesen kann, ist Verantwortung nicht gegeben. Und wenn es nur noch um Blame Game geht, dann war es das. Dann ist nicht mehr Verantwortung, sondern dann ist das Verantwortungsflucht. Und warum das heute hier im Parlament eine Rolle spielt, ist die Frage, die Ministerin hat einige Fehler eingestanden, einige wenige in der Anhörung. Übrigens eine Anhörung, die immer nur in den späten Nachtstunden für die Minister immer am Freitagabend stattfindet. Aber hat sie daraus gelernt? Hat sie die Schlussfolgerung für ihren Handeln gezogen? Die Einlassung im Untersuchungsausschuss lassen daran enorme Zweifel aufkommen. Nun hat Frau Spiegel eine neue Aufgabe übernommen. Sie ist nicht mehr Umweltministerin in der kleinen Ampel, sondern sie ist Familienministerin für das ganze Land. Sie hat große Verantwortung übernommen. Und gerade in diesen Zeiten käme viel auf sie an. Keine fünf Minuten weg von hier kommen gerade wieder Frauen und Kinder an, die vor Bomben fliehen, vor Gewalt, vor Verfolgung, vor Zerstörung. Da kommen Frauen und Kinder an, die bei uns Schutz suchen, die ihre Väter, Onkels, Söhne, Brüder und Neffen zurückgelassen haben. Ja, und das ist zum Thema junge Frau, weil Sie gleich wieder diesen Zwischenruf machen. Diese Frauen brauchen Schutz, sie brauchen Ruhe und Zuwendung. Und sie treffen auf viel Hilfe, aber sie treffen nur auf Hilfe der Hilfsorganisationen und der Ehrenamtlichen. Der Staat zeigt sich bei der Ankunft überhaupt nicht. Das sagt Pastor Siegelko von der Arche in Berlin, der schon früh davor gewarnt hat, dass hier vom Staat de facto nichts kontrolliert wird, wer Frauen und Kinder bei sich aufnimmt. Er warnt eindrücklich vor Trittbrettfahrern und vor Missbrauch der Schutzsuchenden. Da sind, Frau Künast, Sie können fleißig zwischenrufen, trotzdem spreche ich jetzt. Das sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtmission, die mir sagen, wir hätten uns das nicht vorstellen können. Wir helfen gerne, wir sind da. Aber das ist hier ein Ankommen ohne Staat. Das haben wir uns nie vorstellen können. Da sind Ehrenamtliche und Flüchtlingsinitiativen, ja, Frau Künast, die mir sagen, Herr Czaja, als Sie damals 2015 Verantwortung hatten, da haben wir uns durchaus miteinander gestritten. Da hatten wir Konflikte. Aber was wir uns nicht vorstellen konnten, ist, dass es auf der anderen Seite gar niemanden gibt, dass Frauen und Kinder alleine gelassen werden, hier auf dem Bahnhof, über Wochen. Und, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt erhebliche Mängel bei der Anmeldung von Kriegsflüchtlingen. Und beim Wissen darum, wo Sie unterkommen, und das ist das Entscheidende. Und wir weisen die SPD-Innenministerin, Frau Faeser, und die grüne Familienministerin, Frau Spiegel, seit Tagen darauf hin, in dieser Woche an jedem Tag, dass Sie dafür Verantwortung haben, und Sie tauchen unter, und Sie gehen auf diese Dinge nicht ein. Und um es klar zu sagen, weil Sie es der Union immer vorwerfen, es geht nicht um einen bürokratischen Akt. Deshalb sind die bürokratischen Ausflüchte der Ministerin auch so unerträglich. Es geht um Menschen, die Schutz suchen. Es geht um eine sichere Unterkunft und um medizinisch-therapeutische Versorgung. Und es geht um eine wirkliche Integration dieser Menschen. Wir brauchen ein Schutzregister für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Dafür sind die beiden Ministerinnen verantwortlich. Frau Spiegel ist mit der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit beschäftigt. Der Verantwortung ist sie bislang nicht gerecht geworden. Der Verantwortung hier wird sie auch nicht gerecht. Es gibt viele Gründe für sie, um sich an diesem Wochenende noch mal genau zu prüfen, ob sie den erneuten Folgen ihrer Verantwortungslosigkeit gerecht wird und ob sie das mit sich und mit sich selbst verantworten kann. Als Letzte in der Aktuellen Stunde hat das Wort die Kollegin Dini Bremer. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Scheyer, ich habe Sie gerade kurz gegoogelt und habe als erstes gefunden, Ihr Versagen 2015 in Berlin bei den ankommenden Flüchtlingen. Da wurde Ihnen vorgeworfen, dass Sie viel zu spät reagiert haben und keine Plätze zur Verfügung gestellt haben. Also, dass Sie sich hier ausdrücklich aufmanteln jetzt bei dem Thema, finde ich schon auch ein bisschen drollig. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir keine anderen Sorgen und Probleme in diesem Land hätten. Doch die AfD nutzt die von ihr beantragte Aktuelle Stunde nicht für echte Problemlösungen, hat auch selber kein großes Interesse. Sind Sie jetzt noch 17 oder 18 hier im Saal zu Ihrer Aktuellen Stunde von 82 Abgeordneten? Doch so groß das Interesse am selber gesetzten Thema. Ich kenne die Vorwürfe gegen Frau Spiegel wirklich nur aus der Presse. In Rheinland-Pfalz, das wurde schon mehrfach gesagt, befasst man sich mit den Vorwürfen und dort ist man auch zuständig dafür. Und wenn die fertig sind, sind wir vielleicht auch soweit, da ordentlich drauf zu schauen. Aber wahrscheinlich würde die AfD am liebsten mit dem Thema noch das Europaparlament beschäftigen oder die UN-Vollversammlung, Hauptsache irgendwie ein Thema gesetzt. Also, dies heute ist eine Klamaukveranstaltung, die diesen ernsten Zeiten in keiner Weise gerecht wird und auch den Menschen im Ahrtal nicht gerecht wird. Wir erleben hier eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, die auch mit dieser Aktuellen Stunde moralisiert, auf höchstem Niveau und von sich selbst abzulenken. In diesen Tagen zum Beispiel, liebe Kolleginnen und Kollegen, da spüren wir zum Beispiel alle Wut und Entsetzen angesichts von Putins Angriffskrieg in der Ukraine. Alle? Fast alle. Die AfD leistet Putin Propagandahilfe. Sie hat hier im Bundestag Putins hauseigenen Propagandisten sitzen. Der Bundestagsabgeordnete Eugen Schmidt stellt Deutschland in russischen Medien als Land dar, in dem Andersdenkende unterdrückt und verfolgt werden. Wörtlich erklärte Schmidt in einem Interview, das kürzlich auf der Webseite des russischen Radios Komsom Olskaja Pravda veröffentlicht wurde. Ich zitiere, es gibt keine Demokratie in Deutschland, das heißt, es wird eine einheitliche Meinung aufgedrängt, und zwar von der regierenden Elite und alle anderen politischen Meinungen werden mit allen möglichen Mitteln unterdrückt, im Internet, in den Medien, unter anderem auch durch körperliche Übergriffe auf Andersdenkende. Ende des Zitats. Da muss Putin sich noch nicht mal ausdenken. Den Dreck bekommt er für seine Propaganda frei ausgeliefert, direkt aus dem Bundestag, direkt von der AfD, von einer Partei, der nie an ordentlichen Debatten gelegen ist, die auch hier nur darauf achtet, ob ihre Auftritte Social-Media-tauglich sind. Das, was Sie hier mit Frau Spiegel veranstalten, ist Projektion der feinsten Psychoanalyse. Sie wollen vermeiden, sich mit Ihren eigenen Problemen auseinanderzusetzen, indem Sie Ihre Probleme zum Beispiel heute auf Frau Spiegel projizieren. Am Ende geht es Ihnen doch nicht darum, was die Ministerin wann und wo als Textnachricht verschickt hat. Es geht Ihnen darum, das erleben wir ja dauernd im Ausschuss, die Inhalte, für die Frau Spiegel steht und die wir im Koalitionsvertrag verabredet haben, zu portorpedieren, indem Sie, Frau Spiegel, am falschen Ort und zur falschen Zeit attackieren. Sie wollen nicht die Streichung des 219a. Sie wollen nicht mehr Frauenhausplätze. Sie wollen nicht mehr Frauen in Führungspositionen. Sie wollen nicht bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie wollen zurück in die 50er-Jahre. Und ich kann Ihnen sagen, und weil Sie jetzt gerade so schön rumschreien, es ist ja nicht Ihr Antrag, aber wenn ich die Frau Glöckner und die Frau Heil hier höre, mit diesem hohen moralischen Anspruch, ist eigentlich der Herr Laschet noch in Ihrer Partei, der so unangemessen rumgelacht hat letztes Jahr in Nordrhein-Westfalen. Was veranstalten Sie denn hier? Und ich kann Ihnen sagen, wir hätten als SPD gerne das Familienministerium weitergehabt. Das wurde anders entschieden. Aber ich kann Ihnen auch sagen, wir arbeiten sehr gut und sehr vertrauensvoll mit einer sachkundigen, engagierten und klugen Ministerin Anne Spiegel zusammen. Und wir werden Sie nach Kräften bei der Umsetzung des Koalitionsvertrags unterstützen. Und wir wünschen Ihnen, auch wenn die AfD nicht glaubt, dass sie krank ist, gute Besserung und vollständige Genesung. Und Ihnen wünschen Sie ein schönes Wochenende. Applaus Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit schließe ich die Aussprache. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit schließe ich die Aussprache.